Mir reicht's, muss ich sagen. Ernsthaft. Stoppt das Wachtelkükensterben. Die falsche Fütterung. Tötet eure Wachtelküken. Toll sieht's ja aus, ne? Richtig, richtig klasse. Schöne kleine Körnung. Schnabelgerecht für die Küken. Wachtelküken. Das sieht nun nicht ganz so toll aus wie das erste, aber es handelt sich definitiv um ein Wachtelkükenfutter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von der Wachtelfarm Hedstedt. Heute mit dem Thema, welches Wachtelkükenfutter? Ich habe in den letzten Wochen wieder einiges erlebt, einiges sehen müssen in verschiedenen Facebook-Gruppen und auch per Mail mit der Frage, warum geht's meinen Küken plötzlich so schlecht? Die sind ja super toll geschlüpft und alles klasse. Und jetzt nach drei, vier, fünf Tagen, guckt mal, kriegen die plötzlich Spreizbeine und kippen um und wackeln auf der Seite. Wahnsinn. Gerade gestern wieder ein Video bei Facebook gesehen mit einem Hilferuf dazu. Was könnte das sein? Guckt mal hier, das Küken. Das ist jetzt eins von vieren, aber vier von 51. 50, den anderen geht's toll. Die kriegen jetzt seit ein paar Tagen Spreizbeine. Also die Beine gehen zur Seite weg, die können sich nicht stabil auf den Beinen halten und die wackeln halt so rum. Und das Video war wirklich gruselig dazu, traurig gruselig. Also das war auch nicht so ein klassisches Spreizbein, das man kennt, das aus dem Ei kommt und dann versucht, Gas zu geben und irgendwie vorwärts zu kommen, sondern es war einfach ein trauriges Rumtaumeln, die Beine nicht mehr richtig halten können und wegrutschen. Und natürlich kommen dann bei Facebook so verschiedene Hinweise, was man machen kann. Und dann hieß es tapen. Und zwei andere Kommentatoren hatten schon gefragt, was da gefüttert wird. Und auch ich konnte einfach nur die Frage stellen, was wird gefüttert? Das liegt am Futter. Dann kam dazu nochmal ein Foto, ich glaube auch ein Video mit dem Futter. Das sah unheimlich groß aus. Die Körnung war recht groß. Und die Erstellerin, die Fragesucherin oder Antwortsucherin, die schrieb dazu, Ja, ich habe das Futter gemörsert. Aha, ein Wachtelkükenfutter, das vorher extra noch gemörsert werden muss und trotzdem zu groß ist. Das sah wirklich grob aus. Groß und grob. Laut ihren Angaben war es von einem Futtermittelhandel eine Eigenproduktion, ein Aufzuchtsfutter mit 27% Gropprotein, was theoretisch reichen würde für einen Kükenfutter. Aber es war einfach zu grob. Das waren Körner, die hatten wahrscheinlich die Größe von Holzpellets. Also Wahnsinn. Ja, und nachdem das geklärt war, was dort gefüttert wurde, kamen natürlich immer mehr Wachtelhalter dazu und schrieben, ja, es liegt am Futter, es liegt einfach am Futter. Ob das jetzt tatsächlich vielleicht eine falsche Vermischung der Inhaltsstoffe ist. Ja, es kann ja sein, dass sich der Proteinanteil zu ungleichmäßig verteilt in diesen Körnern, die dann noch gemörsert werden müssen. Oder ob es tatsächlich die Größe der Körner war, die dazu führte, dass trotz Mörsern die Küken nicht in der Lage waren, das Futter aufzunehmen. Es war dann nachher einstimmiger Tenor, das Futter, du musst zwingend ein Wachtelkükenfutter füttern. Und sie konnte ja nicht mal Angaben machen zu der Zusammensetzung, weil sie dazu nichts mitbekommen hat. Und wirklich traurig. Es kam dann nochmal ein Video von, nicht Nachzüglern, sondern so von Sorgenkindern. Und da stand dann ein Text dazu, die sind jetzt zwölf Tage alt. Die sahen vom Gefieder aus wie fünf Tage alt. Die waren locker eine Woche in der Entwicklung zurück. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass da etwas mit dem Futter nicht stimmt. Und ja, zweites Beispiel, auch in einer Facebook-Gruppe die Frage, was haben die Küken? Da waren wirklich Küken, die kippten auf die Seite und ruderten mit den Beinen und kamen nicht wieder hoch. Man hat gesehen, wie die wieder hingestellt wurden und dann kippten die wieder um und ruderten mit den Beinen. Und das ist dann auch so dieses Erfragen, was könnte es sein, ist denen aus dem Ei geholfen worden oder nicht. Und dann kam raus, nein, ganz normal geschlüpft, alles schön. Und ja, es wurde ein Kükenfutter gefüttert, wie das, was ihr zum Anfang gesehen habt. Empfohlen von einem Futtermittelhandel als Wachtelkükenfutter. Es steht ja auch drauf, Küken- und Wachtelmischung. Dass das Futter allerdings nur 10% Rohprotein hat und die Küken 30% brauchen, das war weder dem Futtermittelhändler noch der Dame, die gebrütet hat und dann die Küken hatte, bewusst. Also vorher nicht informiert. Allerdings behauptete sie dann, sie hätte sich auch vorher informiert auf größeren Seiten und in Online-Shops im Netz. Die Frage kam dann auch zwangsläufig, warum hast du dann da kein Kükenfutter bestellt? Sei mal dahingestellt. Aber sie war der Meinung, sie macht alles richtig, wenn sie den Küken in den ersten drei Tagen nur Blaumohn füttert. Blaumohn mit einem Rohproteinanteil irgendwo bei 10 bis, ich glaube, maximal 15%. Die Küken verhungern beim Fressen. Wahnsinn. Also zu behaupten, ich habe mich informiert und dann zu sagen, ich habe das so gemacht, weil ich habe das so gelesen. Ich habe das nirgendwo gefunden, dass man das so machen soll. Drei Tage lang den Küken ausschließlich Blaumohn geben, weil das ja so gut ist. Und danach das Kükenfutter vom Futtermittelhändler. Also ich muss sagen, dieses Kükenfutter, das sieht geil aus. Also dieses Futter allgemein. Ja, ihr habt es gesehen, wie ich es durch die Hände rieseln lassen kann. Das sieht schon geil aus. Schön Körner, bisschen klein gemahlen. Hat auch genau die Körnung, die ein Wachtelkükenfutter haben sollte. Also für Küken, die dann schon drei Tage alt sind. Aber die Körnung ist völlig okay. Wenn man das theoretisch mit einem Wachtelfutter mischt, würde man von der Körnung her keinen Unterschied sehen. Die Farbe ist toll. Es sieht super toll aus. Country's Best Grammix von Versäle Lager. Wenn man sich allerdings dann den Zettel mal richtig durchliest, der da drauf klebt, mit den Inhaltsstoffen, dann fallen einem nicht nur die 10% Rohprotein ein oder auf, sondern auch, dass da ein kleines Wörtchen steht, das da heißt Ergänzungsfutter. Das ist kein Alleinfutter. Und ein Futtermittelhändler, der das nicht weiß oder der das ignoriert, der handelt absolut fahrlässig. Ich finde das, ich muss wirklich sagen, es ist unmöglich. Unmöglich, was dort passiert. Auch wenn ein süßes Küken drauf ist oder wenn da irgendwo steht Kükenfutter oder manchmal steht auch Wachtelkükenfutter drauf, kann ich euch auch zeigen. Findet man auch im Internet, auch in verschiedenen Online-Shops. Und wenn man sich dann die Zusammensetzung anschaut und sieht, wie niedrig der Rohproteinanteil ist, dann sieht man, das ist kein Wachtelkükenfutter. Ihr braucht für die Küken ein Wachtelküken-Alleinfutter. Ein Alleinfutter. Und ein Alleinfutter ist es dann, wenn dort 28 bis 30% Rohprotein drin enthalten sind. Und nicht, wenn der Hersteller draufschreibt, das ist ein Alleinfutter. Und auch nicht, wenn der Futtermittelhändler sagt, das ist ein Alleinfutter. Es ist kein Wachtelküken-Alleinfutter, wenn es nicht bei 28 bis 30% Rohprotein liegt. Von mir aus auch noch 27%. Das mag auch noch gehen. Aber diese 28% müssen bei einem Wachtelkükenfutter zwingend erreicht werden. Ansonsten verhungern euch die Küken beim Fressen. Kleine Faustformel, die ihr euch merken könnt. Ein Kükenfutter, das aussieht wie Körner, also wo ihr noch Getreidekörner erkennen könnt. Das ist ein Kükenfutter für Hühnerküken. Das kann aber unmöglich ein Kükenfutter für Wachtelküken sein. Weil kein Getreide, das hierzulande angebaut wird, in nennenswerten Mengen angebaut wird und dann auch für Futter weiterverarbeitet wird, kommt auch nur annähernd an den Rohproteingehalt heran. Wenn ihr ein Hühnerkorn beispielsweise seht oder eine Hühnerkörnermischung, ich habe da auch mal recherchiert, der höchste Rohproteingehalt bei einer solchen Körnermischung, den ich gefunden habe, lag bei 16,7%. Das mag vielleicht noch als Futter funktionieren für Wachteln, für erwachsene Wachteln, wenn man etwas zufüttert, so Mehlwürmer, Soldatenfliegenlarven, etwas, was viel Rohprotein enthält. Aber es funktioniert definitiv nicht bei Wachtelküken. Wie füttere ich meine Wachtelküken? Wenn die schlüpfen, bleiben die erstmal, bis sie komplett trocken sind im Brüder. Und wenn die versetzt schlüpfen, bleiben die auch gern mal länger im Brüder. Ich orientiere mich am ersten geschlüpften Küken und das sollte nach aller, aller spätestens 48 Stunden aus dem Brüder raus. Ich orientiere mich so irgendwo bei einem Wert zwischen 36 und 48, wobei ich schon zusehe, dass ich eher an den 36 Stunden ran bin. Also es kam auch schon mal vor, dass Küken 48, nein nicht 48, sondern 40 Stunden bei mir im Brüder waren. Dann kommen die raus aus dem Brüder in ihre Kükenkiste. Die Kükenkiste ist ganz zu Anfang, zumindest an einer Stelle, erstmal mit Küchenrolle ausgelegt, mit Küchenpapier. Und darauf gibt es etwas Blaumohn gestreut. Das dient dazu, um den Pickreflex der Küken zu wecken. Ja, dass die neugierig werden, danach picken. Die haben keine Hände, mit denen sie mal was in der Hand nehmen können und gucken können, was das ist, sondern die Küken picken, wenn etwas interessant ist. Und damit weckt ihr den Pickreflex. Diesen Blaumohn ergänze ich zeitgleich mit etwas getrocknetem und gerebeltem Oregano. Oregano ist ein natürliches Antibiotikum. Das ist gar nicht so schlecht, wenn die Küken das zu Anfang gleich mitkriegen und ein bisschen hochpicken. Nach vier, allerspätestens sechs Stunden, bekommen meine Küken ein Wachtelkükenfutter. Manchmal gebe ich auch eine kleine Mischung aus gekochtem, hartgekochtem Wachtelei. Sehr klein gehackt, sehr fein gemacht. Ich habe da ein Metallsieb, wo ich das dann auch gern mal durchdrücke. Da wird das sehr schön fein. Das überstreue ich dann auch mit ein bisschen Oregano und etwas Blaumohn. Und auch das kriegen die Küken ganz zu Anfang mit reingestellt. Aber das Kükenfutter, das Wachtelkükenfutter, gibt es dann nach spätestens zehn bis zwölf Stunden. Keine 48 oder 72 Stunden ausschließlich Blaumohn oder irgendwelche Kräuter, sondern das Kükenfutter, das es dann nach dem Blaumohn und dem Oregano und nach dem Eifutter angeboten gibt als Hauptfutter. Wie lange füttere ich meine Küken mit dem Wachtelkükenfutter? Ich habe sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer Fütterungsdauer von fünf Wochen. Also, wenn die Küken die fünfte Lebenswoche vollendet haben, quasi am Anfang der sechsten Woche, stelle ich das Futter innerhalb von vier bis fünf Tagen auf das normale Legekorn um. Man müsste theoretisch mal einen Versuch starten. Theoretisch sage ich. Ich sage auch gleich, warum ich es nicht mache. Weil manch einer schwört darauf, dass auch zwei Wochen Kükenfutter reichen oder auch drei Wochen Kükenfutter reichen. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Vermehrer, der dann erwachsene Hennen verkauft, Legereife Hennen oder Hennen kurz vor der Legereife, die vier oder fünf oder sechs Wochen alt sind, dass der gern mal aus Preisgründen, aus Kostengründen das Wachtelkükenfutter nicht so lange füttert. Man müsste eigentlich mal diesen Versuch machen und aus einer Brut eine Hälfte für zwei oder drei Wochen mit Wachtelkükenfüttern und dann mit dem Legekorn und die andere Hälfte fünf Wochen. Warum ich es nicht mache? Ich habe ja eine Vermutung, was passieren wird. Und da ich ja meine Wachteln gewerblich halte, wäre es für mich fatal. Angenommen, ich habe jetzt hier 50 Küken und 25 fütter ich normal, so wie bisher. Und 25 fütter ich halt nur für zwei bis drei Wochen mit dem Kükenfutter. Dann weiß ich, dass diese 25, die nur über den kurzen Zeitraum das Kükenfutter bekommen haben, entwicklungsverzögert sein werden. Das heißt, sie werden auch später anfangen, Eier zu legen. Und ehrlich, wer am Kükenfutter spart, am Wachtelkükenfutter spart, für den ist das geringste Problem, dass die Wachteln vielleicht erst mit neun oder zehn Wochen Eier legen. Das schwerwiegenere Problem ist, wenn das falsche Futter genutzt wird und die Küken dadurch organische Schäden erfahren und sogar sterben. Und da muss ich euch sagen, das kommt gar nicht mal so selten vor. Falsches Wachtelkükenfutter und eine falsche Kükenfutterung tötet die Küken. Hier oben verlinke ich euch jetzt mal einen Shop von mir, einen Amazon-Shop, den ich erstellen durfte in Kooperation mit Amazon. In diesem Shop findet ihr eine Kategorie, die heißt Wachtelkükenfutter. Und in dieser Kategorie findet ihr ausschließlich Wachtelkükenfutter, die auch diesen Namen verdienen, sprich die die Mindestanforderungen an Rohproteinen erfüllen und mit denen es euren Küken in der Aufzucht an nichts fehlen wird. Wenn ihr dort bestellt, unterstützt ihr mich bei der Erstellung weiterer Videos, weil ich für eure Bestellung eine kleine Provision bekomme. Ganz herzlichen Dank dafür! Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Kommentare, Anregungen, Hinweise unter das Video, Glocke aktivieren, Abo nicht vergessen, kein Video verpassen. Heute gibt es übrigens den offiziellen Livestream nicht. Also nicht den hier aus meiner Küche, den verschieben wir auf morgen Abend, auf morgen Montag. Das ist, glaube ich, der 15. Jetzt müsste ich gucken. Ja, auf Montag, den 15. Um 20 Uhr. Heute Abend wird es vielleicht einen kleinen kurzen Stream aus dem Urlaub geben, aus einem kleinen Kurztrip, Kurzurlaub. Lasst euch überraschen, ob es funktioniert. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.